Und wir begrüßen eines der erstaunlichsten Phänomene der österreichischen Musik derzeit. Begrüßen Sie die Sängerin und Songwriterin Clara Lucia. Guten Abend, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Die Einladung vom Boltzmann-Institut hat mich sehr gefreut. Und mir als Langzeitstudentin der Politologie sind ja die Herren Tretter und Nowak spätestens in meinem Studium sehr oft begegnet. Also nicht immer persönlich, aber... Und ich fand und finde sie sehr großartig und es ist sehr schön, dass es so engagierte und tolle Menschen gibt. Und die sind Balsam auf meiner Misanthropenseele. Dankeschön und herzliche Gratulation zu 20 Jahren Institut. Ich stimme nochmal. Entschuldigung. Das war die Nora. Die Nora ist immer die Frau, die am lautesten lacht im Raum. Und die Frau mit der verstimmten Gitarre bin immer ich. Okay, ich probiere es nochmal. Die Night Das war die fellas, die war richtig zu sein. Wie Project 2 Die Ferran-Institut wird遇 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Dankeschön. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 in Auftrag des ZDF, 2020 in Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 If you catch me when I fall If you catch me when I fall If you catch me when I fall